Vor über 45 Jahren wurde ich in einem Schurkenstaat geboren. Jetzt bin ich unterwegs zu meinem Feind. Ich hatte von vier alten irakisch-jüdischen Kommunisten gehört und wollte sie besuchen. Sie waren wie ich geboren in Baghdad. Nein, nicht in Baghdad unsere Fantasien, sondern in einer modernen Stadt mit Arthos, Straßen und modernen Häusern. Ellas Buch erregte in Israel grosses Aufsehen. Ella ist in Israel geboren, als Tochter irakischer Juden. Heute lebt sie in New York. Ellas Hintergrundwissen half mir, die Lebensgeschichten der vier irakisch-jüdischen Kommunisten besser zu verstehen. Dafür musste ich nach Israel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017